Viel Spaß, viel Spaß. Guten Tag. Ne, danke. Ich bin schon unterwegs, wie ihr sehen könnt, Bernd ist gerade eben nach Gaiping. Hier ist so ein Vortagsladen, wo die immer vom Gaiping-Bäcker die Sachen verkaufen, die am Vortag nicht im regulären Gaiping verkauft wurden. Und ja, normalerweise frühstücken wir immer schön auf der Arbeit, aber wie sich ja gestern rausgestellt hat bei der Hebamme, habe ich einen starken Eisenmangel und wenn er noch weiter runter geht, dann darf ich nicht im Geburtshaus entbinden. Deswegen, schaut euch das an, ich muss meine Ernährung umstellen, zu gesünder wieder. Deswegen gibt es für mich gleich keine Brötchen zum Frühstück. Also es gibt natürlich meinen Shake, den gibt es ja immer, der ist ja auch sehr gesund. Und dann mache ich mir einen Porridge. Ich habe das schon vorbereitet, das ist halt Haferflocken, Wasser und Zimt. Das koche ich dann nachher frisch und schnippel da schön einen Apfel rein. Haferflocken sind sehr eisenhaltig und ich gehe gleich eben nach Edeka einkaufen. Dann kaufe ich, ich habe eine Liste gemacht, was ich alles brauche, also so eisenhaltige Lebensmittel. Kürbiskerne, Sesam habe ich zu Hause und neue Haferflocken. Grünkohl muss ich wieder in unseren Shake machen, den muss ich kaufen. Den hole ich aber immer im Netto, den Tiefkühlgrünkohl, weil da schmeckt der am besten, also im Shake. Dann schmeckt man den nicht, wenn der von Netto ist. Wenn der von Edeka ist, der schmeckt richtig, richtig, da schmeckt der Shake nach Kohl. Ja, und die Hebamme hatte gesagt, es gibt so Getränke, ich glaube Rotbäckchen oder so, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber das gucke ich mir erstmal an, was das für ein Saft ist und was da so drin ist, die so eisenhaltig sind, so Säfte. Ich weiß nicht, ob ich das mag, ja. Also alles für die Ernährung, für guten Eisenwert wird getan. Grünzeug muss ich viel essen. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn die sagen, ihr Eisenwert, also HB-Wert oder was auch immer, ist unter 10 und sie dürfen nicht hier entbinden. So, bei mir gibt es jetzt eine Riesenportion Porridge mit Agavendicksaft, um meinen Eisenmangel aufzubessern. Also Haferflocken haben ja 5,5 Gramm Eisen oder Milligramm oder Gramm, keine Ahnung, pro 100 Gramm, also gut. So, hallo. Willst du mit rein? Nee, danke. Wir sind bei Burger King, wir haben voll Hunger. Und es gibt, wir haben uns alle den, du kannst abnehmen den Mundschutz, ne, wenn wir sitzen. So, ich komme mal zu dir, dann sieht man mich besser. Aua, dicke Bauch. So, weil das Licht jetzt von vorne kommt. So, gestern gab es kein Video, weil die Mutti lag flach mit Körperbefindlichkeiten. Ich hatte voll Kreislauf gestern, deswegen konnte ich nicht vlogen. Und heute, jetzt haben wir schon wieder 14 Uhr irgendwas, ne? 14. Guck mal auf deine Ohr. 14? Ja. 14. 14. 15. 15. Ja, es ist schon spät, weil wir so großen Hunger haben, sind wir jetzt nach der Arbeit, nach der Schule einfach hier nach Burger King gegangen und haben uns diesen Plant-Based Burger und die Nuggets wollten wir mal probieren, diese Plant-Based Nuggets. Und dann geht es da in den Baumarkt, hier ist noch ein Baumarkt gegenüber. Da wollten wir endlich neben dem Familienbett gucken, dass wir da Holz uns angucken, was wir bauen wollten. Aber jetzt gibt es erstmal Essen. Bernd wartet da hinten auf unsere Sachen. Ich glaube, das sind zwei Tabletts, da muss ich gleich auch mal da hin. Das ist das Schöne an den Plant-Based Sachen, die werden immer frisch hergestellt. Ja. Alles okay? Ja. Ach, das zweite Tablett, ja. Danke schön! Hi! Werden wir auch alle satt, ne? Ja, sag mal, ja. Du nimmst auch Fanta? Ja. Ich auch. Sag mal, ja, die kleinen Dinger. Ach, das sind die... Probierst du die Nuggets? Sieht nicht, dass das die Chili Cheese Nuggets sind? Ich mag sie auch. Du magst sie auch? Okay. Du magst sie auch? Okay. Das ist echtes Fleisch, Mama. Nein. Das sieht so aus. Die haben alle im Internet geschrieben, dass das so... Das ist wirklich total realistisch und alle Veganer und so haben sich gewundert, was damit ist. Das hier so echt, so authentisch. So. Das Essen hat überhaupt gar nicht geschmeckt. Widerlich. Also die Pommes waren ranzig, die Nuggets waren ranzig. Also, ne, diese Plant-Based Nuggets waren lecker, aber diese Chili Cheese Nuggets, die waren so... Ja. Egal. Der Calvino hat sich gefreut. Der isst alle Burger. Und jetzt geht's in den Baumarkt. Ja, das stimmt. Bernd mag keine Tomaten und Gurken. Dann haben sie erst mitgemacht. Dann haben sie ohne gemacht. Dann haben sie die Zwiebeln auch weggelassen. Dann haben sie ihn wieder mitgenommen. Ich glaube, am Ende haben die schon mit drauf gespuckt. Hallo. 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 Holz. Dann würde ich mal räuschen, was wir davor machen. Helfen? Helfen mich mit deiner Frau ärgern? Das ist nicht lustig. Ein grünes Holz. Styropor. Ansetzbinder. Was haben wir jetzt gleich, ne? Ja, müssen wir ja. Helfen. Es nutzt ja nix. Die haben kein Holz. Außer... Platten. Was du gerade gezeigt hast. Das ist fürchterlich. Hier, orangenes Holz. Nein, das ist eingeschweißt. Ich bin einfach nur genervt. Was? Mit wem schreibst du denn da jetzt? Mit Grund nicht allen. Mann, jetzt leg ich doch mal beiseite und glotzt doch bitte nach Holz. Bitte. Prost. Das ist nicht schlecht. Meine ekelhaften Essen. 35 Euro haben wir bezahlt für nix. Hat echt nicht geschmeckt. Das ist Laminat. Ist doch auch gut. Du willst du... Nein, ich bin nicht mehr Laminat. Hier, hast du eine... Arbeitsplatte für 22,09 Euro. Ja, was soll ich denn mit Sachen? Als Kopfteil. Auf dem geht's doch gar nicht. Für die Birne. Weiß. Weiß. Weiß steigen in Kick und Kaufer. In Kick? Ja. Hallo, haben Sie Betten? Das ist Laminat. Sehr klar, dann bin ich auf dem Zuhause und schlafen. Jetzt kommt nicht wieder mit Rot. Hallo. Firm ich mir. Ja, finde ich auch. Wir stellen uns einfach nur eine Arbeitsplatte an die Wand. Der Rest hat uns nicht gefallen. Wir schlafen einfach weiter auf dem Couch. Was? Wir schlafen weiter auf dem Couch am Arsch. Wir schlafen weiter auf dem Couch am Arsch. Ich rob mich mittlerweile wie so ein Wal da raus. Das regnet sich aufs normalen Bett nicht so raus. Hier, da schlafe ich am Rand, wo ich einfach aussteigen kann. Hier ist doch. Hier waren wir doch gerade. Nein, hier waren wir von der anderen Seite. Nein, hier waren wir auch. Ich habe es sogar auf Video, kann ich dir zeigen, dass wir hier waren. nicht gut? Ich esse nur die Folie, leider. Können wir jetzt gehen oder müssen wir noch drei Runden hier laufen? Ja, bau doch was Schönes, was Schönes darfst du bauen. aus Holz. Hier das, so. Das ist kein Holz. Was ist das denn? Das ist eine Grobspanplatte. Hast du schnell abgelesen? Du hast auch abgelesen. Eine Grobspanplatte. Das weiß man doch. Das weiß man doch. Weiß wie Scheiße ich einfach weiß, aber nicht klug. Hier. Ein Zaunbett. Ein Zaunbett. Du hast einfach was Schönes bauen. Hier, bau doch einen Hühnerstall irgendwo, einfach in irgendein Garten. Ich bau dir einen Hühnerstall. Auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden. Hier hast du einen Teppich für den Boden. Ich brauch keinen Teppich. Lass nur auf dem Teppich einfach. Und auch hinter dir ist einer. Nein, gar nicht. Doch, ist halt runter. Ja. Dazu muss man sagen, dass ich nicht so überzeugt war davon ein Bett selber zu bauen. Ich lauf jetzt. Jetzt sag ich da mir hier Klo decke. Man kann dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist eine Ein-Mann-Sauna. Warum soll mich auch ernst nennen? Also, ich hab gesagt, lass uns besser bei Ikea zwei Betten holen. Und zusammenschieben. Boah, das ist scheiße. Ja, aber so ein Grobspan-Plattenbett ist auch scheiße. Ich will auch kein Grobspan-Plattenbett. Das ist hässlich. Also. Nicht filmen. Das film ich nicht. Nein? Möchtest du erzählen, was du heute gemacht hast am Haus? Oh, hier ist eine Relaxung. Und nicht gefilmt hast? Oder hast du mitgevloggt? Fuchs. Nein, er hat nicht mitgevloggt. Der Bernd hat oben im Schlafzimmer die Fußleisten abgemacht. Und hat dahinter gestrichen. Dann können wir am Sonntag, wenn wir kommen zum Haus, den Teppich rausreißen und unseren PVC schon mal ausrollen, damit der sich setzt. Weil der ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen so aufgerollt. Und ja, dann braucht das eine Zeit, bis der sich so setzt, dass wir den Rand schneiden können. Ich war in der Zeit mit Smurfy und Calvino auf der Hundewiese. Und jetzt sind wir hier noch in Nefelder spazieren. Der Bernd wollte schon Mundraub hier begehen mit der Äpfel klauen. Die haben es ohne Witz in der Relaxung mit 2340. Ja, super. Mutti ist das egal. Mutti hat extra ihr Handy im Auto gelassen. Und wir haben ein neues Wort. Das Unwort. Schrömmel. Das neue Vleklinski Unwort des Jahres. Müssen wir noch gucken. Ne, des Tages ist schon länger. Boah, hier liegen ganz viele Äpfel auf dem Boden. Boah, das riecht hier richtig nach Apfel. Das riecht hier wie früher bei meinen Eltern im Garten. Wenn die Äpfel so auf dem Boden waren. So ein bisschen. Ist das gegoren? Oder wie sagt man dazu? Oder wie sagt man dazu? Ja, mach das Gorn. Mal bitte. Oh, ich denke. Komm. Moor. Moor, komm. Moor. Ach, wir müssen auch mal wieder hier neue Center-Shops holen. Haben wir keine mehr. noch zu Hause ganz viele. Ach so. 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 Das ist ja. Der Bernd hat Geburtsschrei gemacht schonmal. Diese Schummel-Schocks. Darf ich da noch eben hinfahren? Ja. Kannst du ja im Auto warten? Ja, mache ich auch. Dann kommt ja das Schrimmelt hin. Ja, auch sag das nicht. Ja, da weint er wieder. Lauf den Trikot von BVB und mach den Schrimmelt drauf. FC Schrimmel. FC 1 macht Schrimmelt. Ring Unterhose. Und dann machen wir uns alle 3 Trikots schon mit 1 Schrimmel, 2 Multischrömmel. Kanal die Schrömmels. Die Schrömmels. Kann man uns umbenennen in die Schrömmels? Umkaufen lassen. Karls Schrömmel, Bärs Schrömmel, Elas Schrömmel. Ja, aber dann ist der Ragnar Klauen T-Shirt mit Ragnar Schrömmel. Ragnar Schrömmel. 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 Wir nennen den einfach mit Vornamen Schrömmel. Ragnar Schrömmel. Ragnar Schrömmel. Die sind einfach Kleklinski mit Vornamen. Kleklinski Kleklinski. Ja, wie heißen die Kleklinski Kleklinski Kleklinski. Wenns ein Mädchen wird heißt das Schrömmelinchen. Ja und dann heißt das Schrömmel. Die nehmen das alles noch ernst hier mit unseren. Die Zuschauer die denken noch wir machen das. Wir habens auch alle nicht mehr am Schrömmel. gut dass wir den riesen topf schon hast er bietet sich an ja das werden macht kraut wickels mehr viel runter gehst du runter vom tisch aber ganz schnell runter ab aber ganz schnell schlawiner govon key nein hast du begann wie gang key so heißen die in unserem kochbuch was fertigstellung 2047 verbreitet man nicht da ist die füllung das reis zwiebeln spucke auch werden spucke und das ist einer von den riesen sind aber riesig oder was hat 1,99 haben die gekostet unglaublich pro kilo pro stück 2 stück extra für elvira elvira hat geschrieben sie mag das wenn das typ dies macht vor der kamera ja gut ich wollte das video eigentlich nur noch beenden und bis morgen mit dem verrückten schrömmels aus schrömmelhausen